Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Hast du Hunger? Hygiene wird bei mir klein geschrieben. Je dreckiger die Toilette, desto besser. Da ich mich innerlich sehr gegen das Rasieren leere, mache ich das immer zu schnell und zu doll. Prof. Dr. Notz ist mein Name. Stellen Sie sich immer so vor. Ich bin Robin, Pfleger. Kann ich noch jemanden rufen? Ihre Eltern? Ich habe hier noch eine Beruhigungstoilette für Sie. Ich oft Realität, Lüge und Traum durcheinander werfe. . . . . . . . . . Komm mal leer, mach die Augen zu. Ich erzähl dir eine Geschichte. Ich erzähl dir eine Geschichte.